Ja, hallo, ihr seht mich heute nicht am Schreibtisch im Landesverband des DRKs. Ich bin heute in den DRK-Werkstätten hier im wunderschönen Geithain und besuche gerade unser tolles Projekt Berufsgesund. Es geht hier heute um weihnachtliche Gewürze. Die Grundlagen, Allärmungspyramide und so, das haben wir schon abgehandelt, also die basic sitzen. Und jetzt gehen wir so an saisonale Themen. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass Gewürze zur Weihnachtszeit nicht nur gut aussehen und schmecken, sondern auch ganz klasse, heilende Wirkungen haben. Dem gehen wir heute noch auf den Grund. Wir haben an beiden Standorten jeweils 25 Teilnehmer. Die Nachfrage war deutlich höher, aber wir haben erstmal mit einer begrenzten Anzahl von insgesamt 50 Teilnehmern begonnen. Und alle sind dann fleißig dabei, sowohl im Weißen als auch hier in Galtheim. Gewürzeln!